Mit einfachen Worten ins Abenteuer der Sprache. Ich lerne Deutsch. Mit einfachen Worten. Ausbildung. Ausbildung Nummer 4 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Wie sieht die Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten aus? Wie sieht die Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten aus? Welche Ausbildungsbetriebe kooperieren im Rahmen der dualen Ausbildung mit Schulen? Welche Ausbildungsbetriebe kooperieren im Rahmen der dualen Ausbildung mit Schulen? Welche Ausbildungsbetriebe kooperieren im Rahmen der dualen Ausbildung mit Schulen? Warum ist eine Ausbildung im Bereich der Digitalisierung zunehmend gefragt? Warum ist eine Ausbildung im Bereich der Digitalisierung zunehmend gefragt? Welche Ausbildungsmöglichkeiten gibt es für angehende Grafikdesignerinnen? Welche Ausbildungsmöglichkeiten gibt es für angehende Grafikdesignerinnen? Wie können Ausbildungsplätze für benachteiligte Jugendliche zugänglicher gemacht werden? Welche Ausbildungen führen zu einem Abschluss im Hotelmanagement? Welche Ausbildungen führen zu einem Abschluss im Hotelmanagement? Welche Bildungseinrichtungen bieten Weiterbildungskurse für Pflegekräfte an? Welche Bildungseinrichtungen bieten Weiterbildungskurse für Pflegekräfte an? Welche Bildungseinrichtungen bieten Weiterbildungskurse für Pflegekräfte an? Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Deschrei und ich jetzt hier drinnen. Und das war ja auch trotzdem bei mir, was es ist, was die Nurkofsky war. Eurevistungsmöglichkeiten – zum Beispiel für Pflegekräfte an? Ich brauche sie dir in den Augenblick, Und das war ja auch schon. Dichtbar, dass ich hier über das Buchpflegeleghefige, ein Wirkliche, die Uhrung, wie ich euch das Buchaite und das Buchaite benötet habe. Und das Buchaite,